Vielleicht hast du den ja schon mal gesehen, den italienischen Armeekompass bzw. den Nachbau davon. Das ist dieses Teil. Und wenn du wissen willst, was es kann, wo das Einsatzgebiet von dem und allgemein von einem Kompass sein kann, ja, dann bleib dran. Hallo, willkommen, da ist der Rainer Ossmann vom Survival Show Problemskunst. Schön, dass du dabei bist. Nachbau des italienischen Armeekompass. Sagt man mir zumindest. Ich meine, wenn du aus Italien kommst, dann kannst du mir vielleicht einen Kommentar schreiben, ob das wirklich wahr ist. Ob die italienischen Armeekompass wirklich dieses Teil hier verwendet. Aber so wird es halt gehandelt und gehandhabt. Ein Kompass hat zwei Funktionen. Das habe ich schon häufiger gesagt und ich wiederhole es noch einmal. Und zwar die eine Funktion ist, dass er nach Norden zeigt. Also das ist die erste Aufgabe, die er erfüllen muss. Wenn er das nicht tut, dann werft man ihn weg. Und das Schöne ist, das tut dieses Teil. Das ist auch wirklich wunderbar gemacht. Ich zeige dir dann die einzelnen Funktionen. Ist alles okay. Und das zweite dabei ist, es ist ein Winkelmesser. Und zwar ein Winkelmesser zwischen Norden und der Peilung, die ich gehen will. Oder die Peilung, die ich messen will. Wenn du sagst, das zerreißt mir jetzt den Kopf, ich möchte es aber trotzdem wissen, dann würde das jetzt hier den Rahmen sprengen. Da gebe ich billige Eigenwerbung, so wie immer, den Link auf meinen Online-Kurs. Zum Thema Orientierung und Navigation mit und ohne Ausrüstung. Da erkläre ich das genau. Jetzt möchte ich diesen Winkel messen. Und da gibt es jetzt zwei Geschichten. Und zwar, wie messe ich den? Und meistens, also mit den herkömmlichen Pusolen ist es so, dass man entweder einen Spiegel jetzt hat, dass man mit dem Spiegel von oben oder von unten da reinschaut und auf die Kompassrose, die Nadel schaut. Von unten oder von oben machen. Dann die ganz normale klassische Nix-Pusole, sondern einfach nur Kompass. Das heißt, ich schaue drauf und schätze das einfach so wie mal Daumen ab. Geht ganz okay, aber ist halt nicht hundertprozentig genau. Und die dritte Variante ist, dass man hier so ein kleines Loch hat. Ich hoffe, die Kamera kann das darstellen. Schau, du siehst es schon. Und da schaue ich rein und messe. Und da habe ich schon einmal einen Kompass vorgestellt. Mir fehlt der Name und dann so ein blaues Ding. Ich gebe dir auf jeden Fall den Link, der aus der Seefahrt kommt. Und ja, das ist die Idee dahinter. Und das kann der Kompass, also diese Pusole hier. Also, wie funktioniert das nun? Wenn ich aus irgendeinem Grund eine Peilung gehen mag, oder eine Peilung nehmen muss, einen Winkel messen muss, dann habe ich hier Kimme und Korn und visiere jetzt den Punkt an, den ich peilen mag. Und schaue dann eben genau in dieses Loch rein und kann wirklich sehr, sehr schön abmessen. Nämlich diesen Winkel ablesen und abmessen sozusagen. Ich habe auch ein bisschen eine Toleranz. Das heißt, wenn das nicht ganz waagerecht ist, kann ich das noch immer ablesen. Das ist sicherlich praktisch. Und man muss dazu sagen, es ist bei diesem Nachbau auch eine Wasserwaage eingebaut. Und diese Wasserwaage, die sorgt dafür, dass dieser ganz häufige Fehler, der beim Kompass passiert, nämlich dass das nicht ganz waagerecht kalt wird, nämlich so gemessen wird oder so, und dann verfälschte Ergebnisse entstehen, ist dadurch ausgeschlossen. So. Dann, es gibt auch ein Klinometer dazu. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Aber schau einmal, was könnte das sein? Was könnte das bedeuten? Ja, du kannst damit die Neigung messen. Und das heißt, du stehst jetzt in einem Hang, in einem Gelände und stellst jetzt diesen Kompass parallel, dass das parallel ist, zu dem Anstieg und kannst dann hier die dazugehörige Steigung abmessen. Das werden jetzt ungefähr 40 Grad sein, ja genau, so. Oder 45 und schau mal her, 90 Grad ist dann da. Also eine Steilwand oder eine Hauswand vor dir, die du abmessen magst. Um die Steigung abzumessen. Das kann interessant sein beim Militär, ob man da mit einem Geländefahrzeug noch rauf kann. Man kann auch damit die Position rausmessen. Wenn man jetzt mobil unterwegs ist, also für die Infanterie, dass ich sage, ich möchte jetzt im Gebirge meinen Punkt da, also meinen Standpunkt rausmessen, wenn man kein GPS hat, was ja heutzutage schon ein Klassiker ist, aber was schon in Uhren eingebaut ist und in den Mobiltelefonen. Aber es soll so sein. Und das ist die Idee dahinter. Und das kann ich damit alles tun. Kann dann aus der Karte wiederum über die Höhen-Schichtlinien die Position noch einmal absichern. Ich würde es ja nicht bestimmen sagen, ich würde das noch einmal absichern sagen. Und unterschiedlichste Dinge. So. Und das ist alles super und das macht er wunderbar. Du kannst da schön messen. Da ist dieser Haken, der einerseits den Deckel hält, mehr oder weniger gut und auch zum Halten gut geeignet ist. Weil den kann man da unten so schön reingreifen und das ist alles super. Ja. Der Kompass, den gibt es natürlich auch bei mir in den Shop. Und wenn du ihn bei mir im Shop kaufst, dann ist da auch eine kleine Einführung kostenlos dabei per Video, wie arbeiten mit Kompass funktioniert. Also das gibt es dann kostenlos dazu als Videokurs. Das ist jetzt nicht der große Orientierungskurs, den ich vorher erzählt habe, sondern wie man halt den bedient. Aber, und das ist jetzt wichtig, ich bin der Meinung, dass der für die Feldarbeit, also für das Außenherumlaufen, einfach zu schwer ist. Das ist ein Vollmetallteil. Das heißt nicht, dass jetzt die Genauigkeit dadurch eingeschränkt wird. Ganz im Gegenteil. Funktioniert alles wunderbar. Super. Nur, und das muss man halt schon dazu sagen, mir wäre das zu schwer. Da ist hier hinten noch einmal so eine, ja, eine Schraubung. Ich weiß nicht, das kann man vielleicht auf ein Stativ geben oder haben die Italiener da irgendwelche anderen Ideen. Schreiben wir einen Kommentar, was es damit auf sich hat, das weiß ich nicht. Mir persönlich ist das Ding aber zu schwer. Ich kenne Leute, und deswegen haben wir es auch in den Shop aufgenommen, die diese Teile unbedingt haben wollen. Die steht da niemanden im Weg. Er funktioniert, es ist in Ordnung, du kannst damit gute Feldarbeit, in der Kartenarbeit ist er nicht so. Ideal, aber soll so sein. Aber das mit dem Gewicht, das ist, wenn ich in meinem Auto unterwegs bin oder irgendjemanden anderen habe, der mir das tragt, ist das okay. Aber für ein Parkoutback zum Beispiel oder für ein leicht gewichtiges Rucksackerl ist das die falsche Wahl, meiner Meinung nach. Das war es jetzt. Schreib mir einen Kommentar, ob du den kennst, ob die italienische Armee wirklich ein Nachbau, also ist der Nachbau natürlich, dies als Original einsetzt. Schreib mir deine Meinung dazu. Gebt dann natürlich auch wie immer den Link in meinen Shop, wenn du ihn haben magst. Ein Daumen nach oben oder nach unten. Abo in den Shop. Ein anderes Video. Hat mich gefreut, dass du dabei warst. Das ist dein Rainer Rossmann, bis bald und ciao.